Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Marietta Slomka. Guten Abend. Der Giller-Moos-Montag ist ja so etwas wie der politische Aschermittwoch, nur im September. Jedenfalls hat der historische Jahrmarkt vor den Toren der Altstadt von Abensperges geschafft, weit mehr als eine niederbayerische Karussell- und Bierzeltveranstaltung zu werden. Nicht jedes Jahr gleichermaßen bedeutend, aber diesmal schaut natürlich die ganze Republik hin. Wie tritt Hubert Aiwanger auf? Was sagt Markus Söder über Aiwanger? Was sagt Friedrich Merz darüber, wie Söder mit der Kause Aiwanger umgegangen ist? Und was sagen alle anderen? Das sind die vordergründigen Fragen. Aber es geht natürlich um mehr. Wo hierzulande Toleranzgrenzen verlaufen und wie sich die Union, nicht nur die CSU, in diesem und künftigen Wahlkämpfen aufstellt. Beobachtungen dazu von Simon Pfanzelt. Die Hampel-Ampel ist die schlechteste Regierung, die Deutschland je hatte. Wir werden von Wahnsinnigen regiert. Servus Giller-Moos! Willkommen im Bierzelt, wo das Derbe schon immer politisch korrekt war. Markus Söder hat sich für Taktik entschieden, nicht für Haltung. Im Mikrokosmos Giller-Moos zeichnet sich heute ab, wie dieser bayerische Wahlkampf in den nächsten Wochen laufen könnte. Die einen wollen über die Ampelparteien reden, die Ampelparteien über Hubert Aiwanger. Der redet heute eine Stunde lang. Die Flugblatt-Affäre erwähnt er mit keinem Wort. Anders als in den letzten Tagen inszeniert sich Aiwanger heute nicht als Opfer einer Kampagne. Andere übernehmen das für ihn. Lieber Hubert, für uns ist klar, wir stehen vor dir, wenn von vorne mit Dreck geworfen wird. Und wir stehen hinter dir, wenn von hinten mit Dreck geworfen wird. Aiwanger gefällt sich in der Pose des Volkstribuns. Und er hält es für seine Leistung, dass die AfD in Bayern verhältnismäßig klein ist. Dieses Land wird derzeit politisch tief gespalten bis hin zu einer Situation der Regierungsunfähigkeit. Und deswegen, glaube ich, müssen wir den Menschen in der politischen Mitte ein Angebot machen, ein Angebot der vernünftigen Politik. Aiwanger als Mann der Mitte? Kaum zu glauben, finden sie bei der bayerischen Opposition. So ein rechtspopulistischer Geisterfahrer darf nicht länger die Hand am Lenkrad des Freistaats Bayern haben. Ich bin überzeugt, dass gerade bei uns im katholischen Altbayern doch gilt, dass jedem reuigen Sünder Vergebung zuteil werden kann. Aber entscheidend ist eben der reuige Sünder. Für Markus Söder ist seine Entscheidung für Aiwanger heute nicht mehr der Rede wert. Auch hier im Zelt der CSU übernimmt dieses Thema ein anderer. Und gerade in den letzten Tagen hat er eine Aufgabe zu lösen gehabt. Markus, die ich finde, die hast du bravourös gelöst. Sehr gut. Genau so war es richtig, das so zu machen. Kein Blick zurück, das ist jetzt Söders Agenda. Dafür ein Blick recht weit in die Zukunft. Ich sage euch eins, die Ampel wird das Jahr 2025 nicht mehr erfolgreich als Regierung bestreiten, liebe Freunde. Die lösen wir gemeinsam ab. Holzen gegen Berlin. Darauf fußt Söders Wahlkampf. Die Erzählung vom erfolgreichen ampelfreien Süden ist seine größte Stärke. Dass er dafür Aiwanger braucht, könnte sich als seine größte Schwäche erweisen. Wie Wladimir Putin den Getreidehandel als Waffe einsetzt, konnte man sich letzte Nacht wieder einmal ansehen, als seine Armee die ukrainischen Häfen an der Donau unter schweren Beschuss nahm. Die Ukraine versucht, die Schifffahrt über die Donau, via Rumänien, als Alternativroute zu nutzen und damit die Blockade ihrer Schwarzmeerhäfen zu umgehen. Seitdem das internationale Getreideabkommen mit Russland ausgelaufen ist, droht Moskau damit, jedes ukrainische Schiff zu versenken, das versucht auszulaufen. Das ist nicht nur für die Ukraine desaströs, sondern auch für die Länder, die bislang ukrainisches Getreide importierten. Als Vermittler versucht sich der türkische Präsident Erdogan, der dafür heute sogar nach Russland reiste. Nina Nibagal berichtet. Erdogan hat sich viel vorgenommen. Er will nicht weniger als die Hungerkrise beenden, die der Krieg in der Ukraine verschärft hat. Er will derjenige sein, der der NATO und der Welt einen neuen Getreideal präsentiert. Auch wenn der Draht zu Putin schon mal besser war. Ich glaube, dass die Botschaft, die wir nach unserem Treffen vermitteln werden, einen wichtigen Schritt für die Welt darstellen wird, insbesondere für die weniger entwickelten afrikanischen Länder. Rückblick. Gut ein Jahr lang konnten ukrainische Frachter gefahrlos tonnenweise Getreide in die Welt verschiffen. Trotz des Krieges. Dazu hatte sich Russland mit dem Getreideabkommen verpflichtet. So wurden über Istanbul Lebensmittel in die ärmsten Länder Afrikas und Asiens geliefert. 36 Millionen Tonnen. Bis der Kreml den Deal im Juli platzen lässt. Heute nach drei Stunden Verhandlungen kein Durchbruch. Putin beharrt auf seiner Version der Ereignisse. Wir wurden zu dieser Entscheidung gezwungen, weil westliche Länder die Umsetzung des Getreideabkommens blockieren, indem sie den Zugang russischer Agrarprodukte zu den Weltmärkten nicht sicherstellen. Kein neuer Deal. Dafür mehr russisch-türkische Zusammenarbeit im Bereich Energie und eine Million Tonnen kostenloses Getreide für Afrika. Außen vor die Ukraine. Erdogan mit leiser Kritik. Die auf die Tagesordnung gebrachten Alternativvorschläge können nicht so ein sicheres und dauerhaftes Modell bieten wie die Schwarzmeer-Initiative, die auf der Zusammenarbeit zwischen den Parteien beruhte. Russlands Getreideexporte stiegen kräftig an. Im August wurden 7,7 Millionen Tonnen exportiert. Gut 36 Prozent mehr als im Vorjahr. In der Ukraine aber bleiben die Getreidespeicher voll. Und immer wieder greift Russland diese an. Auch heute. Dorthin möchte Putin die Ukraine bekommen, dass das Land wirtschaftlich am Boden liegt und die Unterstützung aus dem Westen verloren geht. Denn dann könnte es sozusagen noch was mit dem militärischen Sieg in der langen Frist werden. Erdogan ist ein Meister diplomatischer Drahtseilakte. Er hätte gerne seine Freundschaft, wie er sie nennt, zu Putin genutzt, um der Welt einen Verhandlungserfolg zu präsentieren. Doch diesen Triumph gewährte Putin ihm heute nicht. Da fragen wir doch nach bei unseren Korrespondenten in Moskau und Istanbul. Amin Körper in Moskau, dass Putin diesem Abkommen plötzlich wieder zustimmen würde. Damit war aber ja eh nicht zu rechnen, oder? Damit war eigentlich nicht zu rechnen genau. Und man kann sich heute Abend durchaus die Frage stellen, wozu überhaupt dieses Treffen. Wladimir Putin hat einmal mehr die große Bühne genutzt für die immer gleichen Bedingungen und Anschuldigungen an den Westen. Ich denke, das folgt einem sowohl innen- als auch außenpolitischen Kalkül. Innenpolitisch schürt er damit die Antipathie gegen den Westen. Und außenpolitisch an die Partner in der Welt, zum Beispiel China, sagt er, an mir liegt es doch gar nicht, ich will das abschließen, der Westen ist schuld. Denn gerade China will ja auch das Getreide aus der Ukraine haben. Das Ganze, das auch noch der türkische Präsident hier heute versucht hat, sich als Vermittler zu inszenieren, Auch das kann man erklären. In den letzten Monaten hat es Verstimmungen zwischen Moskau und Ankara gegeben. Das ist zum Beispiel die Unterstützung der Türkei für die Ukraine. Und wenn man gesehen hat, wie optimistisch der türkische Präsident Erdogan heute Morgen kam und mit welchen leeren Händen er nach Hause ging, dann folgt auch das dem Kalkül des Wladimir Putin heute. Dann schauen wir noch nach Istanbul zu Jörg Brase. Optimistisch vielleicht, aber letztlich wird das ja auch Erdogan gewusst haben, dass es da wahrscheinlich keinen großen Durchbruch gibt. Und er ist trotzdem nach Moskau gereist. Welche Interessen verfolgt er damit? Also man kann vermuten, dass er damit sicher auch nochmal seine Position sozusagen als Chefvermittler auf der Weltbühne festigen wollte. Wenn man sich heute seine Medien, also die regierungsnahen Medien in der Türkei angeschaut hat, dann haben die die Reise ihres Präsidenten gefeiert. Von einer Niederlage oder Ähnlichem war da überhaupt nicht die Rede. Andererseits hat der Erdogan, wie ich denke, aber auch gar keine Alternative, diese Reise anzutreten. Denn er ist sicherlich in Abhängigkeit zu Russland. Beide Länder, wir haben es eben gehört, die liegen zwar bei einigen Themen vielleicht über Kreuz, aber wenn man sich jetzt mal auch nur die Regionalkonflikte anschaut, in die die Türkei und Russland verwickelt sind, sei es in Syrien, sei es in Libyen, sei es beim Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan oder eben jetzt in der Ukraine, da haben die Türkei und Russland, die sitzen da im selben Boot. Und das gilt auch erst recht für ihre wirtschaftlichen Abhängigkeiten, ob es jetzt im Energiesektor ist, in der Rüstung, in der Landwirtschaft oder im Tourismus. Also Ankara und Moskau können es sich eigentlich gar nicht leisten, nicht miteinander zu sprechen. Und dass sie das tun, dass sie miteinander reden, das wollen ja dann letztlich alle, das wollen die Vereinten Nationen, das will auch die Ukraine und das will eben auch der Westen. Dankeschön für eure Analysen aus Moskau und aus Istanbul. Für die Ukraine gibt es in diesem Krieg aber auch Erfolgsmeldungen. Treffer gegen russische Kriegslogistik, Geländegewinne, Durchbrüche, die wichtig sind, aber nicht notwendigerweise auch kriegsentscheidend. Dafür müssten die Ukrainer dann tatsächlich tief in die besetzten Gebiete vordringen, so wie ihnen das im letzten Sommer und Herbst gelang, als die Russen noch nicht hunderttausende Minen verlegt und dichte Verteidigungsstellungen errichtet hatten. Für Aufsehen sorgt, dass Präsident Selenskyj mitten in diesem Krieg seinen Verteidigungsminister austauscht. Die Personalwahl kommt in der Ukraine aber mehrheitlich ganz gut an. Henna Hebestreit mit Reaktionen und Hintergründen. Es ist ein Ort wie viele im Hinterland der Front bei Saporizhia. Ukrainerische Soldaten versorgen sich mit dem, was ihnen in den letzten Tagen gefehlt hat, an denen sie vor allem damit beschäftigt waren, aus solchen Hexenkesseln lebend herauszukommen. Ihr Kampf gegen die russischen Aggressoren ist gnadenlos, aber sie kommen langsam voran. Mitten in der entscheidenden Phase der Offensive sorgt ihr Oberbefehlshaber für einen ganz eigenen Knalleffekt. Ich habe mich entschieden, den Verteidigungsminister der Ukraine zu entlassen. Olexei Resnikov hat mehr als 550 Tage des Angriffskrieges durchgehalten. Jetzt glaube ich, dass das Ministerium einen neuen Ansatz und andere Formen der Zusammenarbeit braucht mit dem Militär und der Gesellschaft. Resnikov galt schon lange als angezählt. Immer wieder wurden Korruptionsfälle in seinem Ministerium bekannt. Ihm selbst wird keine Vorteilsnahme vorgeworfen. Dass er jetzt schriftlich um seine Entlassung bitten muss, findet aber Zustimmung. Wenn ein Ministerium unter so starken Korruptionsvorwürfen seit Monaten unter Druck gestellt wird, dass unsere ukrainischen Journalisten das aufgespürt haben, dann ist das, glaube ich, eine adäquate politische Entscheidung des ukrainischen Präsidenten, den Verteidigungsminister auszuwechseln. Nachfolger soll der Krim-Tatare Rustem Omerov werden. Ein Vertrauter des Präsidenten und aktuell Chef des Fonds des Staatsvermögens. Er gilt als durchsetzungsstark und vor allem als unbelastet von Korruptionsvorwürfen. Die Nominierung des Mannes von der Krim gilt auch politisch als Statement. Wenn jemand im Westen oder in Russland das als ein verstärktes Signal unseres Willens sehen will, dass wir die Halbinse Krim unbedingt als unentbehrlichen Teil der ukrainischen Souveränität und Integrität ansehen, dann bitte schön tun Sie das. Die Soldaten möchten sich vor der Kamera nicht äußern. Ihre Themen sind russische Minen, die ihren Vormarsch bremsen. Zum Ministerwechsel erleben wir hier nur Schulterzucken und die Aussage, man wechsle doch keine Pferde an der Kreuzung. Gut möglich, dass sie schon wieder Kopf und Kragen riskieren, wenn ihr neuer Minister vereidigt wird. Informationen, Analysen und Videos zu Russlands Krieg gegen die Ukraine finden Sie natürlich wie immer auch online auf ZDF heute. Darunter auch ein Porträt des künftigen Verteidigungsministers. Und jetzt geht es erst mal bei dir weiter, Gondola, mit anderen Nachrichten. In Kenias Hauptstadt Nairobi ist der erste Afrika-Klimagipfel eröffnet worden. Der Kontinent mit seinen rund 1,3 Milliarden Einwohnern ist stark vom Klimawandel betroffen und trägt im internationalen Vergleich sehr wenig dazu bei. Zentrale Forderung, mehr Geld und mehr Einfluss für Afrika beim Klimaschutz. Kenias Präsident Ruto beschrieb zum Auftakt die Chancen Afrikas bei der weltweiten Energiewende. Bis Mittwoch wollen die Gipfelteilnehmer Ziele definieren, auch für die Weltklimakonferenz Ende November in Dubai. Die schweren Unwetter in Spanien haben mindestens fünf Menschen das Leben gekostet. Mehrere werden noch vermisst. Am Wochenende waren über weite Teile Spaniens Unwetter mit Starkregen, Orkanböen und Hagel hinweggezogen, was vielerorts Flüsse über die Ufer treten ließ. Westlich von Madrid stürzte eine Brücke ein. Zahlreiche Ortschaften, aber auch landwirtschaftliche Flächen wurden mit Wasser und Schlamm überschwemmt. Nach einer erneuten Koranverbrennung ist es in der schwedischen Stadt Malmö zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen. In der Nacht seien Dutzende Autos in Brand gesetzt worden, so die Polizei und Beamte in einem Einwandererviertel mit Steinen beworfen worden. Am Sonntag hatte ein Anti-Islam-Aktivist eine Koranausgabe verbrannt. Eine aufgebrachte Menge hatte versucht, ihn davon abzuhalten. In der Diskussion über die Wolfsbestände in Europa zeichnet sich eine Lockerung der strengen EU-Schutzregeln ab. Bundesumweltministerin Lemke erklärte, den Abschuss von Wölfen erleichtern zu wollen, nach Rissen etwa von Schafen. Weidetiere müssten besser geschützt werden. Bis Ende September will Lemke konkrete Vorschläge vorlegen. Auch die EU arbeitet an Daten zu Wolfsbeständen in ganz Europa und einer Überprüfung des Schutzstatus dieser Rudeltiere. Bei der Diskussion um die Wölfe geht es um Konflikte durch Wiederansiedlung. Wölfe waren ja in unseren Wäldern heimisch und sind es nun wieder. Eine ganz andere Problematik entsteht durch sogenannte invasive Arten. Die asiatische Tigermücke etwa hat in unseren Breitengraden eigentlich nichts verloren. Sie ist im Zuge der Globalisierung aber trotzdem eingewandert, per Flugzeug oder Containerschiff, wer weiß. Jedenfalls ist sie da und das ist nicht gut. Ähnliches gilt für viele Tiere, aber auch für zahlreiche Pflanzen. In seinem neuesten Bericht warnt der Weltbiodiversitätsrat vor den massiven Schäden, die invasive Arten anrichten. Andreas Stamm beginnt seinen Beitrag mit einer Pflanze, die von Europäern bewusst importiert wurde, in der wir jetzt nicht mehr Herr werden. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte darüber, wie viel durch und im Kampf gegen invasive Arten kaputt geht. Gegen fieses Gestrüpp, einen lautlosen Artenkiller, wie sie die spätblühende Traubenkirsche hier nennen. Sie verdrängt, die tötet nicht direkt. Das Gift macht den anderen Pflanzen nichts, das ist nur ein Fraßgift. Aber dadurch, dass sie halt kaum gefressen wird, auch kaum Insekten und Schädlinge hat, die Pflanze kommt aus Nordamerika. Schwerstarbeit für die Truppe vom Naturschutzbund NABU. Ihr Auftrag, das Waldstück Hirschacker nahe Heidelberg vom Eindringling befreien. Die Traubenkirsche muss raus, um jeden Preis. Wenn du dann immer auf die Wurzel triffst, auf die richtige, dann geht das hier durch. Das spürst du richtig auf dem Griff, wenn es dann richtig einschlägt. Das ist wie auf Steinklopfen. Die Traubenkirsche wurde bewusst eingeführt als Zierpflanze für den heimischen Garten, weil sie so schön sei. Nun verbreitet sich das bis zu 20 Meter hohe Gewächs ungestört, zerstört die heimische Artenvielfalt. Diese Pflanze verdrängt andere Pflanzen, indem sie quasi die Fläche durch ihr Laub beschattet. Hier sind ganz kleine Grasbüschel, das ist das Silbergras. Das ist eine Art, die man hier schützen will im Naturschutzgebiet. Davor ausgerottet zu werden. Rund eine Million Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht. Ein Hauptgrund, so der am Mittag in Bonn vorgestellte Bericht des Weltbiodiversitätsrates. Invasive Arten, die das ökologische Gleichgewicht zerstören. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass in 60 Prozent aller Fälle, wo Tiere global ausgestorben sind, invasiver Arten einer der Haupttreiber war. 3.500 gebietsfremde, schädliche Spezies gibt es weltweit, etwa 100 davon in Deutschland. Der Schaden für die globale Wirtschaft jährlich rund 400 Milliarden Euro. Größter Posten sicher Ausbreitung neuer Krankheiten, also gigantische Gesundheitskosten für Menschen, aber auch für Nutzpflanzen oder Haustiere, Nutztiere von Menschen. Zweiter ganz wichtiger Punkt, Störung von Bestäubern, von Samenausbreitern, sodass Ernteerträge massiv sinken durch invasive Arten. Und ein drittes Beispiel ist die Blockade von Wasserwegen durch eingeschleppte Wasserpflanzen. Die zu beseitigen ist teuer und wie auch nahe Heidelberg mühsam. Der vorgelegte Bericht rät zu strengen Einfuhr- und Zollkontrollen, Aufklärung, natürliche Fressfeinde aussetzen, am Ende auch per Hand bekämpfen. Lösungen gibt es, so die Experten, doch noch werde weltweit zu wenig getan. Jetzt nochmal Gundela mit Wirtschaft. Der Autobauer Volkswagen muss die Produktion im Stammwerk Wolfsburg drosseln und hat Kurzarbeit für die betroffenen Mitarbeiter beantragt, drei Wochen lang vom 11. September an. Hintergrund sind fehlende Motorteile aus Slowenien. Dort hatte Hochwasser einen Zulieferer lahmgelegt. Nach drei Monaten im Plus sind Deutschlands Exporte im Juli zurückgegangen. Laut Statistischem Bundesamt sanken die Ausfuhren. Im Vergleich zum Juni um 0,9 Prozent auf rund 130 Milliarden Euro. Die größten Abnehmer deutscher Produkte waren andere EU-Mitgliedstaaten. Die schwache Nachfrage auf den Weltmärkten trifft deutsche Schlüsselindustrien wie die Autobranche. Da steht die IAA Mobility, die morgen in München eröffnet wird, besonders im Fokus. Frank Bethmann schon vor Messebeginn klagt die Branche über die schlechten Rahmenbedingungen in Deutschland. Hauptpunkt sind die hohen Energiekosten. Die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, Hildegard Müller, für heute nochmal schweres Geschütz auf. Der Standort würde aufgrund der Kostenstrukturen dramatisch an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Man habe, so Müller, weiter die höchsten Energiekosten und in Richtung Ampelregierung ein zeitlich befristeter Industriestrompreis sei nötig, weil sich sonst Industrien wie Batterie- und Halbleitertechnik gar nicht erst ansiedeln oder abwandern würden. Und bezogen auf die eigene Branche, wir entscheiden jetzt, wo wir in Zukunftstechnologien investieren. Und deswegen muss auch der Staat in seiner Geschwindigkeit bei diesen Themen zulegen. Kämpferische Töne auch vom Bosch-Chef Stefan Hartung, Stichwort Elektromobilität. Die Deutschen haben ganz sicher die Chance, an die Spitze zurückzukommen. Derzeit aber haben andere die Nase vorn, besonders ins Rampenlicht rücken die chinesischen Hersteller. Ja, es geht um Wettbewerbsfähigkeit. Was wollen die deutschen E-Autobauer denn der chinesischen Konkurrenz entgegensetzen? Ja, die Ansätze sind unterschiedlich. VW setzt auf Design, will seinen Marken so wieder zu mehr Wiedererkennung verhelfen. Mercedes macht anders auf sich aufmerksam, bezeichnet den neuen CLA als Ein-Liter-Auto und stellt so die Sparsamkeit in den Mittelpunkt. Der neue CLA soll weniger als 12 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbrauchen. Frank Bethmann, vielen Dank für diesen Einblick und den Ausblick. Die Bundespolizei mahnt nach mehreren Vorfällen Bahnreisende zur Vorsicht vor manipulierten Steckdosen in Zügen. Diese sollten vor Benutzung genau angeschaut werden, etwa ob Drähte oder Metallstifte aus der Steckdose ragen. Nach entsprechenden Fällen bei verschiedenen Bahnanbietern, bei denen Passagiere zum Teil Stromschläge erlitten hatten, ermittelt die Polizei wegen gefährlicher und versuchter Körperverletzung. Es gibt immer mehr Hautkrebserkrankungen in Deutschland. Deswegen plädieren Hautärzte für eine staatlich organisierte Vorsorge. Derzeit können gesetzlich Krankenversicherte über 35 alle zwei Jahre kostenlos zum Screening gehen, auf eigene Initiative. Der Berufsverband Deutscher Dermatologen fordert jetzt Anschreiben an alle 35,7 Millionen Versicherte mit Einladungen zur kostenlosen Vorsorge. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist zur Vorbereitung kommender Länderspiele in Wolfsburg angekommen. Zwei Testspiele hat das DFB-Herrenteam vor sich. Das erste am Samstag gegen Japan. Überraschend. Wieder dabei Bayern-Stürmer Thomas Müller, der heute von Trainer Hansi Flick nachnominiert wurde. Wegen des möglichen Ausfalls von Niklas Füllkrug, der sich eine Sehnenzerrung zugezogen hat. Was macht man, wenn man sich durch einen doofen Unfall ein blaues Auge geholt hat und damit wieder zur Arbeit muss? Natürlich erstmal allen Kollegen versichern, man habe sich keineswegs geprügelt. Es gibt nun mal so Verletzungen, die sind, naja, nicht nur schmerzhaft, sondern irgendwie blöd. Oder, wie Bundeskanzler Scholz es heute auf Social Media formulierte, wer den Schaden hat. Er sei jedenfalls gespannt auf die Memes, also auf die Scherze, die man im Netz nun mit seiner Augenklappe machen werde. Andreas Künast liefert ihm und uns gleich mal eine kleine Zusammenstellung. Das ist vor drei Stunden in Berlin die erste Chance für das zweite Bild. Da ist das erste Bild schon einmal um die Welt gegangen. The Chancellor, Le Chancelier, El Canciller und die Geschichte vom Joggingunfall in einem Dutzend Sprachen. Das ist die erste Chance für den ersten Witz. Scholz ist zu Gast bei der Bischofskonferenz. Er lacht, aber noch etwas gequält. Mit kirchlichen Segen, ne? Da werden Sie auch wieder gesund hören. Das war ein Scherz, aber vielleicht noch nicht die Art, mit der der Regierungssprecher am Morgen gerechnet hat. Man muss sich aufgrund der Verletzung am Auge daran gewöhnen, dass er in den nächsten Tagen mit Augenklappe auftreten wird. Ich freue mich über alle Memes, die dazu in den nächsten Minuten, Stunden und Tagen mich erreichen werden. Es wird ein Olaf-Scholz-Tag in den sozialen Medien. Piraten-Witze. Papageien-Witze. Und ein Berlin-Klein-Machnu-Witz. Er war heute Morgen ganz gut gelaunt, sieht aber noch etwas ramponiert aus, wird aber alle Termine, die geplant sind, wahrnehmen. Am Abend beim Sommerfest-Termin der SPD-Zeitung vorwärts, wollen alle Olafs Verfassung sehen und über Olafs Verfassung reden. Der Einzige, der sie mit keinem Wort erwähnt, ist Olaf. Ich habe übrigens das Gefühl, heute werden mehr Fotos gemacht als sonst. Ich weiß nicht, woran das liegt. Olaf-Fotos sind das Ding des Tages. Das Schlimme ist nicht, dass heute kein Gag ausgelassen wird, sondern dass das jetzt noch eine, vielleicht zwei Wochen, so weitergeht. Ja, das war es von uns mit dem Montagskino. Geht's gleich weiter. Und schon um 23.40 Uhr meldet sich Nazan Gögtemir mit unserem heute-Journal-Update. Und wir morgen wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Schon guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Dieses umfangreiche Hoch sorgt bei uns für sehr ruhiges, sehr sonniges Wetter. Aber auf seiner Ostseite rauscht die Kaltluft bis in den Mittelmeerraum und erreicht Griechenland. Hier ist das Mittelmeer aufgeheizt. Und in dieser aufgeheizten Stimmung kommt die Kaltluft voran, sorgt für extreme Regenmengen bei Gewittern. Und die sind bei 700 Liter pro Quadratmeter angesiedelt. Punktuell können es sogar über 1000 Liter werden. Und das ist katastrophal. Da muss man mit teilweise heftigen Überschwemmungen und Schlammlawinen rechnen. Bei uns dagegen komplett ruhiges Wetter. Teils sternklar, teils bildet sich Nebel bei tiefsten Temperaturen von 9 Grad im Südosten und 16 Grad zum Beispiel ganz im Westen Deutschlands. Morgen dann von der Früh weg viel Sonnenschein, nur im Osten gibt es einige wenige Wolken. Insgesamt ist es trocken und die Temperaturen steigen bis auf 30, 31 Grad ganz im Westen Deutschlands entlang des Rheins und 24 Grad an der Nordsee. Aber schauen Sie hier auch in der norddeutschen Tiefebene liegen die Werte bei 29 Grad. Und auch die nächsten Tage Sonnenschein pur und das bei Werten von 25 bis 31 Grad am Mittwoch. Donnerstag und Freitag in der Spitze bis 32 Grad und weiterhin viel Sonne. Damit einen schönen Abend. Donnerstag und Freitag in der Spitze bis 32 Grad am Mittwoch.